Musik Tagesenergien Mittwoch, 18.03. Sie sind fähig, das Leben zu genießen. Wenn irgend möglich, sollten Sie sich Wellnessanwendungen gönnen. Alles fließt, ist die Devise und Wasser passt hervorragend zu dieser Energie. Wenn es zu viel Arbeit und wenig Freizeit gibt, können Sie aber auch nur mit ein wenig Duschen, Hände abspülen im unteren Bereich, einfach fließen lassen, es entspannt. Am besten ohne Seife oder Zusätze, denn das Klare am Wasser entspannt Sie sehr gut, also ohne irgendwelche Zusätze, dann ist die Energetisierung am besten. Hand- und Fußpflege sowie Massagen tun besonders gut. Unabhängigkeitsgefühle machen sich stark bemerkbar. Emotionen gehen tief. Schauen Sie sich an, welche Hürden Sie schon geschafft haben und erlauben Sie es sich, auf sich selbst stolz zu sein. Musik 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 Musik